Das war deine Silent-Folge. Nein. Wir haben nur Untertitel. Wir haben nur Untertitel ab heute. Das ist dann blöd für die Leute, die es auf Spotify hören. Joe Rogan hat auch ein Bild auf Spotify. Ja, aber der hat halt auch einen weiß ich wie viele Millionen Deal mit Spotify und wir nicht. Das ist so arg. Das ist der einzige Podcast, der ein Video-Material dabei läuft. Nein, es kommen mehr auf Spotify dazu. Das ist unlängst jetzt. Okay. Wurscht. Wurscht. Again, we have questions. We have questions. Thank you very much. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Und zwar ein paar interessante dabei. Genau. Lassen wir diesen Offensive Akzent einmal weg. Biwak fragt Mainstream Hate auf Bands wie Nickelback, Wallbeat etc. Woher kommt ihr und was ist eure Meinung zu solchen oft unbegründeten Ansichten? Kurz vorweg eine Frage an dich. Aus welchem Land sind Nickelback? Kanada. And that's why the Americans hate them. Diesen Joke habe ich von der Paula, dass das klargestellt ist. Ist er gut? Nein. Ich weiß es nicht. Glaubst du, es ist Neid? Erfolgs Neid? Ich kann es so nicht sagen. Weil ich glaube, wir sind, glaube ich uns einig, dass Nickelback eigentlich ein paar urfette Songs hat. Wie heißt das Album, die heißen Dark Horse? Sah gut. Trifft genau meinen Hillbilly Redneck Metal Geschmack. Irgendwie so fette Kickdrum. Es ist top produziert. Ziemlich Metallica-lastig. Die Produktionen sind alle 1A. Klar. Die Songs sind interessant. Sie machen neue Sachen teilweise. Sie machen komplexe Sachen oder komplexere Sachen, als man meinen würde. Oder vielleicht im Vergleich zum Rest ihres Genres. Dann ist es ja nur mehr Geschmack, oder? Es ist eigentlich nur mehr Geschmack und ich check's nicht. Vielleicht ist man neidisch. Ich nehme halt an, dass Nickelback halt so in den Mainstream, also in die Massen tauglicheren, halt einfach in die Massenhörerschaft reingerutscht sind. Dass die Leute halt sagen, ja, so Sellout oder das ist ja nicht wirklich Metal oder keine Ahnung. Das sind so billige... Ich check's halt nicht, weil ich feiere halt auch zum Beispiel die Load- und Reload-Zeit von Metallica. Und Nickelback erinnert mich immer sehr stark an das eigentlich. Und ich habe nie ein Problem damit gehabt, dass sie halt cheesy Nummern haben. Ich finde das Konzept, dass sie gemacht haben, eigentlich immer relativ smart. Weil sie haben immer auf jedem Album ein paar Nummern gehabt, wo du gewusst hast, das sind die Radionummern. Und das ist der Moneymaker. Und der Rest waren eigentlich geile Nummern. Der Rest war ein cooles Album, ja. Also zum Beispiel Dark Horse, saugeiles Album. Ein paar Nummern, wo du gewusst hast, das sind die aus dem Radio. Die habe ich halt auch meistens dann übersprungen, weil ich schon tausend Mal gehört habe. Aber der Rest vom Album war super cool und auch super dark. Und da hast du genau gewusst, das kannst du im Radio nicht bringen. Das ist halt einfach... Wir haben die paar Moneymaker-Songs drinnen und... Nein, ich muss ehrlich sagen, ich höre keinen Nickelback, ich höre keinen Warbeat. Nicht aktiv. Wenn jetzt etwas Neues rauskommt, höre ich rein, damit ich mitdiskutieren kann. Oder irgendwelche Memes verstehe. Das ist Meme-Dedication. Ich höre die Band, damit ich die Memes verstehe. Nein, aber jedes Mal denke ich mir so, es gibt wenig Grund, um diese Band zu hassen. Zumindest bei Nickelback. Bei Warbeat... Da gebe ich selber zu, dass ich Teil bin des Echo Chambers. Warbeat! Ich habe keinen Plan. Weißt du es? Ja, ich muss... Das ist das Geständnis des Jahrtausends. Ich mag Warbeat. Eigentlich ziemlich gerne. Es hat es sich gibt. Ich fand die letzten Alben alle relativ langweilig. Aber die ersten zwei, drei Alben, die sie hatten, fand ich relativ cool. Weil ich mochte diese Mischung aus Johnny Cash, Metallica und Rockabilly-Style eigentlich relativ cool. Ich höre auch nicht mal Bands, die ähnlich sind zu Nickelback oder Warbeat. Es ist generell eine Musikrichtung, die mich nicht so interessiert oder mich nicht so greift. Aber hin und wieder, wenn ich einmal eine Empfehlung bekommen habe zu... Hey, ich höre diesen Nickelback-Song und der ist eigentlich urgeil. Und dann höre ich dort rein und denke so, ja, der ist ziemlich fett. Aber ich habe das dann einmal gehört und das war's. Um kurz auf die eigentliche Frage zurückzukommen, warum der Hate da ist. Ich glaube, es ist so... Es gibt zwei Sachen. Einerseits Bands, die sich denken so, hey, wir spielen objektiv schwierigere und komplexere Musik und somit ihrer Meinung nach wertigere. Und sie haben aber mehr Erfolg. Und schaut er den Chad Kroger an mit seinen Haaren und so weiter. Die Haare verstehe ich. Also, die Haare machen mich... Also, wie lange Haare hat er mich ein bisschen fertig gemacht? Ja, na, eh. Aus irgendeinem Grund. For some reason. Na, voll. Voll. Aber ich glaube, das ist irgendwo ein bisschen ein Neid. Oder halt aus irgendeinem Winkel der Neid wird. Ich glaube auch, dass es so was ist mit Grad aus der Metal-Ecke und das geht in dieses Metal-Elitist-True-Ding rein. Nickelback ist für viele Leute, die nur Radio hören oder eher Pop hören, ist es das Härteste, was sie kennen. Ja. Und dann ist es edgy Nickelback zu hören. Ja. So, Nickelback ist auch mit Double Bass. Ähm. Weißt du? Okay. Aber wenn du nicht normalerweise Peck-Death hörst mit den Blasts und alles, wo du dir dann denkst, Nickelback ist harmlos, dann ist für Radio-America, definitiv Radio-America, ist Nickelback edgy. Ja, voll. Vom Genre her und wie hart das ist. Das stimmt schon. Das gibt es schon. Ich höre härteres Zeug. Ja. Und das ist es eben. Leute, die von sich aus schon härteres Zeug hören, glaube ich, sind eher die, die sagen, Nickelback. Ja. Was es bei Volbeat ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, bei Volbeat ist es zum Beispiel die Sache, dass sie halt viele Stilelemente aus mehreren Genres sich ausborgen, keins davon aber wirklich machen. Und halt mehr so dieses, ja, die Musik ist halt nicht sehr anspruchsvoll. Es ist relativ viel 0-3 Action, Bund-Action mit Abzug und halt die Kick. Glaubst du, dass die Mitglieder von Nickelback und Volbeat immer schon gedacht haben, ich will genau diese Musik machen, das finde ich geil? Oder ist da zum Teil auch so ein Working Musician-Gedanke dahinter? Das ist schon cool. Ich kann damit leben und ich mache halt, ich verdiene mein Leben. Also ich kann dir, ich kann jetzt mehr über Volbeat reden als über Nickelback, weil bei Volbeat weiß ich mehr. Ich weiß nicht, dass der Michael Poulsen von Volbeat macht tatsächlich die Musik, die er gerne macht. Er ist halt großer Johnny Cash, Elvis-Fan auch soweit ich weiß und er hört gerne Metallica. Und eine von seinen Favorite-Bands, und wir kommen zu dem Grund, warum ich Volbeat höre, ist Icedurf. Und die haben mit Icedurf auch getourt und er hat tatsächlich auch mit Icedurf auf der Bühne eine Song gespielt. Und er kann das und das als Rhythmus-Gitarrist zu spielen ist hot, härter als die Leute, die ich gehört habe und diskutiert haben. Der Typ hat Icedurf gespielt auf John Schaeffer, Triplets-Geschichten. Nein eh. Und sobald ich weiß, macht er wirklich die Mucke, die er machen will. Okay. Ob es jetzt noch so ist, kann ich nicht sagen. Und ich muss auch sagen, ja, die haben halt ein Winning-Konzept herausgefunden und das fahren sie halt zu Tode. Für mich, nur um kurz klarzustellen, für mich wäre es auch scheißegal, wenn sie sagen, wir spielen halt die Musik, die verkauft. Das ist für mich auch absolut wertig. Das ist halt einfach, mit welcher Einstellung du reingehst. Ich glaube, sehr viele EDM-Produzenten ändern ihren Sound halt, je nachdem, was gerade innen ist. Und das ist auch absolut legit. Das Zeug ist halt einfach gut gefahren und die Leute haben es... Ich meine, ja, ich war in der Stadthalle bei einem Konzert, weil ich Icedurf sehen wollte, die von Vorband von Volbeat. For whatever reason, ja, das passiert ist. Und da habe ich schon halt gemerkt, also da hat das Publikum von Volbeat... Ich will jetzt nicht generalisieren, aber die haben schon sehr, sehr komisch geschaut, wenn halt wirklich Metal gespielt worden ist. Die waren so, oh, was ist das? Ich meine, Icedurf ist auch nicht Everyone's Cup of Tea, verstehe ich auch ganz wirklich. Aber da habe ich schon gemerkt, ich bin dann auch gewesen mit dem Longsleeve und halt wirklich Metal. Metal, lange Haare noch. Und yeah, Icedurf, Power Metal und die Leute haben schon geschaut. So, das war dann zu hot. Das war dann wirklich zu hot. Die Musik war dann zu hot. Da habe ich schon gemerkt, okay, I kinda get... Also ich verstehe, ich glaube, dass der Hate nicht unbedingt gegen die Bands geht. Ich glaube, dass der Hate gegen die Leute geht, die die Bands brennen. Ah, okay. Und das ist halt dieses, wie soll ich sagen... Weil die Leute sich hart vorkommen und edgy, weil sie Volbeat hören, nicht Katy Perry. Ja, und dann aber trotzdem, Metal ist ihnen zu viel. Also sie sind quasi Metal, weil Volbeat, sorry, Volbeat ist halt Hard Rock, Metal ist sehr an der Grenze. Auch bei Nickelback, die Leute hören. Das ist eine Theorie, die ich habe. Das habe ich zum Beispiel tatsächlich in persönlicher Erfahrung bei einem Konzert festgestellt. Mhm. Die Leute haben mich komisch angeschaut. Mhm. Weil ich halt der Einzige in einem riesigen See von Volbeat-Fans war, der Icedurf bekannt hat. Icedurf. Ja voll, ich bin halt auch so dort gestanden. Sorry, ich bin zum Konzert gegangen, Geld dafür zahlen. Natürlich bin ich dort gestanden und jeden Song mitgesungen. Übrigens, weil ich in dem vorigen Podcast gesagt habe, ich darf mitsingen bei Konzerten. Ein paar Icedurf-Konzerten darf ich mit singen. Das ist die one and only Ausnahme, die es gibt. Aber da habe ich wirklich gemerkt, die Leute sind ein bisschen problematisch. Also es war nicht nur einer um mich herum, das waren tatsächlich 10, 20 Leute, die es halt nicht still, nicht checkt haben, was da gerade passiert. Und halt irgendwie auch so, na wir stehen jetzt da, hör auf uns bei unserem Warten auf Volbeat zu stören. Ja mit dieser komischen Musik. Und da habe ich ein bisschen schon verstanden, okay, dass es daher kommt scheinbar. Nicht von der Band selber. Die Band selber ist relativ urscht, ja. Es ist eher die Leute, die dann irgendwie… Ich glaube übrigens, die Band hat noch eine dritte Band genannt. Ich habe jetzt vergessen. Haben Sie eine dritte Band genannt? Oder habe ich mich vertan? Ich weiß nicht. Nickelback und Volbeat. Achso, eh nur die beiden, okay. Eh nur die beiden, ja. Es ist doch wirklich, mir würde auch keine dritte Einfallen, die so ist. Ich meine, das ist ein Thema, über das wir beide sehr gut mitreden können, weil wir beide die Band verehren, Trivium, waren ja am Anfang in der Metal-Szene sehr verschrieben. Wirklich? Ja. Nach dem ersten Album wurden sie ja gehypt als the next big thing in Metalcore und in Metal. Okay. Ich habe das alles mit dem Boden gleichgemacht und sie haben ewig nicht in England spielen können, weil sie einfach keine Leute kommen und sind. Ich bin erst bei The Crusader angestiegen. Achso, okay. Sorry. Also ich bin… Okay, nein, das… Schauen wir uns das mal an. Da gibt es interessante Sachen dazu. Okay. Oder andere Leute. Die Kurzfassung ist, Trivium kommt raus mit einem… Ember to Inferno war das erste Album. Straight Up Metalcore. Ja, ja. Straight Up Metalcore. Straight Up Metalcore. Vielleicht Beetle-Thrash-Sachen bringen. Viele Leute haben gemeint, boah, Metallica. Aber halt auf neu. Jungen und die kann es noch lange geben. Sie haben ein Konzept und das fern sie durch. Dann kommt Ascendancy. Noch mehr Metalcore. Eyeliner und Nagelrack. Und dann war es plötzlich… Ah, klar. Sie sind nicht true. Sie sind nicht true. Das ist jetzt… What the fuck is this? Und dann haben sie es mit dem Erdboden gleichgemacht. Sicherlich in Europa. In Amerika nicht so. In Europa sehr viel. Glaubst du, dass das auf die Erscheinung von den Bands geht? Also das ist auch bei Nickelback oder sowas? Oder bei Volbeat? Nein, ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube, das war eher so ein Zeit-Ding, wo es plötzlich… In Tribune's Fall die älteren Metal-Fans plötzlich gesagt haben… What is this kiddie-Stuff? Kiddie-Stuff, ja. Was soll Metalcore? Ist nicht… Maden. Oder Metallica. Ich glaube, das war eher so der Wechsel, wo sie sich aufgenommen haben. Aber es ist trotzdem definitiv nicht einmal irgendwie in einem Ausmaß, wie es bei Nickelback oder Volbeat ist. Weil Nickelback ist ja mittlerweile ein tatsächliches Meme im Internet. Nickelback is the worst band. Glaubst du, dass es doch die Memes vielleicht auch verstärkt worden ist? Dass irgendwer angefangen hat damit und das ist halt einfach… Ach sicher, aber Nickelback war vor weit verbreitete Memes schon die schlechteste Band. Nickelback war definitiv vor Reddit schon the worst band. Unzurecht, weil es gibt andere worst bands, die literally worst bands sind. Voll. Nämlich… Nein. Aber ja, also… Da machen wir einen Cut. Da machen wir einen Cut. Ich glaube, wir haben die Frage ausreichend nicht beantwortet. Fazit. Unzurecht. Ja. Aber trotzdem ist es so. Unzurecht, unzurecht, finde ich auch. Aber… Gut. Der Flo Köstler… Ich hab drauf gehört, dass du Hallo Flo sagst. Hallo Flo. Okay. Sorry. Sorry. Alles nicht rehearsed. Und zwar, der fragt uns. Sänger mit oder ohne Instrument auf der Bühne, findet ihr es einschränkender, wenn der Sänger noch zusätzlich etwas spielt? Und glaubt ihr, dass es die Energie, die ausgeht, zurückhält? Ich hab keine Präferenz. Ich muss gestehen, ehrlich gesagt, auch nicht. Es kommt tatsächlich auf das Genre an, weil zum Beispiel in… Trivium. Back at it again. Ist schon durchaus anspruchsvolle Musik. Und ich finde, es passt dort zu, weil die Leute sich nicht so unglaublich viel bewegen auf der Bühne. Sie wechseln halt Seiten. Das machen sie sehr gut. Es schaut auch ziemlich epic aus immer. Aber es ist jetzt keine… außer Headbanging ist da nicht so viel los. Und das passt für die. Außerdem kommt es halt von dieser… ein bisschen von dieser Tradition von Fresh Metal Gitarre. Und es gibt nicht so viele Bands… also es gibt schon viele Bands in Fresh Metal, die auch Sänger haben. Aber grundsätzlich kennt man die großen Fresh Bands. Slayer. Metallica. Early Years. Exodus. Exodus war ein Sänger. Okay. Mein Argument fällt in sich zusammen. I have no idea. Ich glaube, es kommt auf die Musik an. Also zum Beispiel bei Lamb of God will ich den Randy. Wenn der Randy jetzt ein Instrument hat, die Energy würde ich vermissen. Nein. Eben. Aber das ist es eben. Ich habe insofern keine Präferenz. Weil wenn ich mir eine Band anschaue, wo ich weiß, der Sänger hat eine Gitarre oder Bass umklänkt, dann denke ich also, ja okay. Und das kann für mich genauso viel Energie ausstrahlen, wenn der da Rhythmus Gitarre spielt und voll reinhaut und gleichzeitig noch mit der Mimik… Devin Townsend zum Beispiel. Ja. Mit seiner Mimik und dass der da steht und drüber fährt, das ist für mich genauso energetisch, wie wenn ein Vokalist nur Screams macht und hin und her rennt und springt. Was ich schon sagen muss, Sänger, die nur gesungen haben und dann plötzlich ein Instrument spielen, gibt es sehr, sehr selten einzelne Fälle, aber zum Beispiel Stonesauer, Corey Taylor, wenn er dann auf einmal Gitarre spielt, da muss ich, also wenn er Gitarre spielt, Konzerten nicht, wenn er alleine ist, sondern wenn er wirklich auf Konzerten Gitarre gespielt hat, da muss ich schon sagen, da hat mir ein bisschen, da ist ein bisschen die Energy weggegangen. Einfach von der Bewegung, die er hatte, von dem, wie er sich liebt. Okay, ja. Aber das gilt für mich, ich verstehe, was du meinst, ich stimme dir auch zu, das gilt für mich aber nur bei den Up-Tempo-Sachen, wo er Rhythm spielt. Ja, stimmt, genau. Wenn er jetzt Border spielt und dann die Akustik Gitarre auspackt oder meinetwegen die Semi-Akustik, dann ist es okay, weil dann will er ja auch eine andere Energie kommunizieren. Nein, sorry, hätte ich klarifizieren müssen, ich meine auch die Up-Tempo-Sachen. Da gibt es ein paar Sachen, ich weiß jetzt nicht welche, aber wo er dazu spielt. Ja, wo er dazu spielt. Da merke ich es schon ein bisschen. Aber ansonsten, womit auch immer du kommst, am Anfang ist es gut. Und genauso gibt es Sänger, die nicht ein Instrument haben, aber halt zusätzlich etwas. Das, worauf ich hinaus will, ist, glaubst du, dass manche Sänger so etwas brauchen, damit sie sich selber sicherer fühlen? Glaubst du, es ist für manche Sänger leichter, um sich gehen zu lassen oder um gut zu performen, wenn sie eine Gitarre haben, auch wenn es nur Rhythmus ist? Gibt es sicher auf jeden Fall. Also, äh, ja, falls er nicht, ja, James Hetfield ist, kann ohne Gitarre nicht, wirklich. Okay, okay. Merkst du, ist mega-weird. Ist einfach mega-weird, der Typ ohne. Ja, voll ass. What do I do with my hands? Voll, ähm. Ich glaub, der Maffi Hefe von Trivium ist auch, also es ist nicht so, dass er, der ist nicht unsicher, aber es ist halt einfach so, wenn du es gewohnt bist, wenn du es schon so drinnen hast, du, du kannst du nicht auf einmal das Ding weg. Ich fühle mich auch mega, mega unsicher, wenn ich, wenn ich kein Instrument habe. Gott weiß, ich habe einmal mit Das A End, Shoutout an Das A End, ähm, einmal ein Vocal Feature gemacht, da waren der Alex und die Anni so, so lieb und haben mich das machen lassen. Da bin ich heute nach wie vor, heute auch noch sehr, sehr glücklich darüber. Das war mega-weird für mich. Man, Bro, das war super-weird. Normalerweise habe ich dieses fetten Prügeln und dann was anderes. Also, ich glaub, kurz gesagt können wir zusammenfassen, dass es ziemlich wurscht ist, aber dass es für jeden Sänger eins der beiden, wo es besser funktioniert. Genau. Und an das sollte man sich dann vielleicht auch halten. Vielleicht wechseln. Okay, next question. Über Instagram, und zwar von der Cora Abstract Metal. Cora Abstract Metal. Hallo Cora, danke schön für deine Frage. Battle-West noch zeitgemäß als Metal-Hat? Ja, ich habe nie eine gehabt, ich kann nicht wirklich drüber mitreden. Ich habe auch als anfangender Metal-Hörer schon dachte. Weakness. Wirklich? Ja. Also, ich habe noch eine, es ist keine typische Metal-West, aber ich habe tatsächlich noch eine zu Hause hängen, eine Jacke mit Patches drauf. Ich glaube, ich bin einfach eingestiegen in ein Metal, weil ich bin über die Nu-Metal-Schiene gekommen und dann verpasst du das einfach. Die Ästhetik hat mich nie angesprochen. Also, ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, ich danke allen Leuten, die zum Beispiel, wenn ich auf ein Creator-Konzert gehe oder auf ein Trivium-Konzert. Das ist ziemlich Trivium. Shoutout an Paolo. Gregoletto. Keine Ahnung, wer heißt der nochmal. Ich finde es schon cool, wenn die Leute diese Patch-Westen haben und ich mir denke, yeah, geil. Also, es ist eine Form von Kommunikation im Metal, die ich immer sehr, sehr cool fand. Dass du hinter jemandem stehst im Konzert und schaust, ach, die Band, cool, ja, der Patch, ja, die Band höre ich auch, cool. Es ist irgendwie so eine Art von, hey, schau, also so ein bisschen Spotify-Playlist-Sharen von früher. So, hey, das höre ich, das ist mein Ding. Das fand ich schon cool. Also, ich finde es noch zeitgemäß. Ab und zu trage ich meine auch noch. Zeitgemäß in bestimmte Subgenres. Überall. Ich freue mich auch, wenn zu meinen Konzerten Leute mit Wests kommen. Wir haben zwar keine Patches, aber, hey, why not? Also, ich finde es auch cool bei, ich würde es auch beim Steven Wilson feiern, wenn irgendwer kommt mit einer Patch-West. Einfach weil halt, geil, dass du so einen breiten Horizont hast. Also, ich finde es überall, ich finde es überall cool. Weil es halt irgendwie so ein Shoutout an alle anderen Metal-Heads im Publikum ist so, yeah, das ist, was ich höre. Das ist, worauf ich stehe. Also, für mich ist der Unterschied zwischen Band-Shirt und Battle-Vice jetzt nicht so groß. Das darf ich nicht sagen. Na eh, das lasse ich auch stehen. Es ist nur einfach eine Ästhetik, die für mich nie dieses Plus gehabt hat. Aber ich glaube, das ist eher einfach mein Metal-Werdegang. Das ist für mich nie. Ich habe zum Beispiel auch einige Freunde gehabt, die über Iron Maiden, über halt ihre Eltern oder so irgendwas in Metal reingefunden haben. Und wenn du dann eben bei Maiden und bei das alles bist, dann brauchst du eine Battle-West. Wenn du über den Second-Wave da reinkommend bist, it's a must. Ich hoffe, sie meint die Battle-West. Also diese mit Patches drauf, nicht eine actual Battle-West. Eine actual Battle-West, die würde ich schon zu einem Konzert, das ist, so ein paar Kevler platten. Okay, geil. Vielleicht, wenn du die meinst, ja, von uns aus okay, just leave your gun at home, please. Was definitiv nicht mehr geht, sind Ledermäntel mit Patches drauf. Ledermäntel mit Patches? Ja, habe ich auch schon gesehen. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Ich bin sehr froh, dass ich das noch nicht gesehen habe. Bitte hört's auf damit. Das war nie laberend. Das wird auch nie laberend sein. Generell diese Fake-Leather, also dieses Pleather, wie es so schön heißt. Diese, ich bin der Neo aus der Matrix, langen Ding. Das war nur ganz kurz. Ich habe das auch mal verbrochen, aber... Of course. Come on, man. Aber das ist vorbei. That's over. Gut. Danke für die Frage. Next question. Wieder auf Instagram. Thank you very much. Der Kruz-Customs. Der Sigi. Der Sigi. Wie spricht man das aus? Sigi, wie spricht man das aus? Kruz? Kustoms? Kruz-Customs. 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 Was haltet ihr von Live-Casts, von Konzerten mit Paywall und wird das ein Novum? Ich glaube, wir haben es in den letzten Monaten eh schon irgendwann mal gehabt. Ich mag es. Ich habe auch einige bezahlt. Ich finde es cool. Ich finde es halt, es ist ein Zusatz. Es ist kein Ersatz. Und mich würde es freuen, wenn es weiterhin existiert. Weil ich glaube, es ermöglicht vielen Bands, die nicht fucked up huge sind, eine Art Live-DVD-Experience zu bieten, was bis jetzt weggelegt war für Top 10 Bands. Die halt dann, wir spielen so ein Riesen-Venue und zusätzlich zu den Kosten von der Tour können wir uns auch noch ein 25.000 Euro Live-DVD-Crew-Team, Produktions-Team leisten. Aber so ein Live-Stream cool aufsetzen, vielleicht sogar in einer tollen Venue mit einem Lichttechniker und keine Ahnung, vielleicht Führer oder was auch immer. Und das cool darstellen und filmen. Die Kosten sind wesentlich niedriger. Sicherlich, wenn du kein Publikum hast. Mich würde es freuen, wenn das auch in Zukunft so bleibt. Und ich habe absolut keine Probleme damit, 5, 10 Euro für so einen Stream zu zahlen. Auch wenn es sogar nur ein zeitlich begrenztes ist und nicht ein On-Demand etwas. Finde ich auch so. Also muss ich, kann ich dir nur absolut zustimmen. Ich fand es super cool zum Beispiel von Unleash the Archers bei der Album-Veröffentlichung, dass die ein Live-Stream-Konzert gemacht haben. Weil es, ja, zumindest sehe ich sie irgendwie, wenn sie schon nicht nach Tour gehen können. Und das gleiche war bei einigen Bands. Es hat, wen, wen jetzt noch, ja, es hat ein paar Bands gegeben, wo es... Es gibt ja auch lokal schon viele. Ja? Stimmt, ja. Zu Gast im Proberaum zum Beispiel. Zu Gast im Proberaum. U4 macht immer wieder. Das waren coole Sachen. Die U4-Konzerte und alle Zu Gast im Proberaum-Sachen waren super cool zum Anschauen. Hat mich gefreut, weil... Die sind natürlich, das muss man dazu sagen, die sind nicht hinter einer Paywall. Genau, richtig. Wenn es hinter einer Paywall ist, erwarte ich mir schon, dass es eine durchprogrammierte Lichtshow und alles hat. Da erwarte ich mir ein bisschen mehr Production Value. Okay, das hört sich jetzt an, als wären die Gratis-Dinge ohne Production Value. Das habe ich natürlich nicht so gemeint. Doch, er hat es genauso gemeint. Nein, aber du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst, ja. Absolut, ja. Absolut, also das glaube ich auch für Trivium. Haha, we're back again. Please call me. Nein. Haben wir mir auch sowas angeboten. Das war eine super coole Qualität. Was ich sagen muss, was ich relativ cool fand, shame on me, aber war dieser Wacken-Stream. Dieser Wacken-Stream von allen Bands, das war so, bist du... Ich meine, teilweise mega weird mit dieser Kuh immer, die da gekommen ist im Publikum, aber das war halt schon eine Sache, wo ich mir dachte, hey, ich fand es immer cool, dass ich jedes Jahr von Wacken diese Konzerte gesehen habe und es war cool, dass das nicht abgerissen hat, sondern dass das Magenta da irgendwie auf die Beine gestellt haben und ich halt, ich trottel mir halt das Blind Guardian Konzert anschauen kann, ja, weil es halt für mich so ein... Ah, I like that. Ich mag das, ja. Und wenn das vor allem, wenn das kleinere Bands auch noch möglich wird jetzt, was ich super cool finde, dann... Ja. Ich glaube schon, dass das ein neues Ding werden wird. Ja. Dass das etwas ein wird, was... Nein, weil man kann eben, wenn man, wenn man jetzt, und das sind eher die Sachen, die ich meine mit Production Value, dass du nicht einen Livestream hast mit ein paar statischen Kameras, sondern einen Technograin, wo die Kamera herumfährt oder herumfliegt, sowas. Und sowas kann man sich eventuell finanzieren, wenn man weiß, okay, wir können davon ausgehen, wir können, keine Ahnung, 50 bis 100 Streaming Packages verchecken und da kommt dann so viel rein, dass wir die Miete von dem Ganzen decken können. Das ist cool. Ich finde es eine coole Möglichkeit. Das ist ein cooles, neues Konzept. Ja. Eine Frage noch von Sigi. Ja. Vom Recording. Wie viel kann ich selber digital machen, ohne dass ich full-on ins Studio gehe? Alles. Alles, ja. Nächste Frage von Sigi. Auf was schauen Bands beim Aufsuchen von Designern und wie wichtig ist ein Portfolio? Ich glaube, Portfolio ist das Wichtigste. Ich übergebe an jemanden, der sich... Naja, du bist eher jemand in einer Band, der auf der Suche ist nach einem Designer. Ja, also ich kann kurz sagen, was ich mache, wenn es um das geht. Ich sage, hast du schon wen fürs Artwork? Ja, cool. Ja, sag mal halt Bescheid, wenn du den gefunden hast. Ja, Portfolio ist sicher wichtig. Portfolio ist super wichtig, weil wie soll ich sonst entscheiden, was du kannst oder was du nicht kannst oder was du hast oder was du nicht hast. Und das ist sowas Blödes, weil das ist auch so ein generelles Portfolio Problem. Egal, ob du jetzt Fotograf, Designer oder Videomensch bist. Würde es dich beeindrucken, wenn im Portfolio große Kunden drinstehen? Spielt für mich keine Rolle. Okay. Also für dich ist einfach wirklich nur das, wie cool sieht es aus. Ja. Es ist dir scheißegal, ob jetzt, keine Ahnung, in der Liste von Kunden sieben Lokalbands und Dream Theater drin war. Das macht für mich jetzt, ich meine, ja klar, cool, wenn du, wenn deine, wenn das, wenn da große Kunden drinstehen, super nice. Aber ich, für mich zählt wirklich. Das Ding selber. Das Artwork selber, weil zum Beispiel, ich kann jetzt nur aus Erfahrung von meinen Bands reden. Die Artworks sind alle jetzt nicht von Leuten gemacht worden, die super große, mega bekannte Kunden haben, obwohl das Artwork für die Hope war ja von jemanden, den man vielleicht auch kennen könnte. Ähm. 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 Von, von Patch. Von Carcer City. Ah, ja, ja, ja. Absolut, ja. Patrick Pinion. Das war nach wie vor ein guter, cooler Typ. Aber von, von, von dem zum Beispiel, das Ghost of Sparta Ding. Das war jetzt nicht von jemandem, der bekannte Kunden hatte, aber der hat halt einfach Artwork gehabt, dass der Julius hat den gefunden und hat mir das gezeigt und das war, ja, of course. Ich, ich, ich glaube auch. Ich denke, ich denke, dass die Bilder oder halt eben das Artwork an sich überzeugen soll. Ich glaube schon, für viele Leute ist es, ähm, kann es ein Mehrwert sein, wenn, wenn große Kunden drin sind. Einfach so ein, vielleicht ist es, ist es blöd gesagt, dass viele Leute meinen, dass es dann besser ist. Ja. Ähm. Auch wenn es nicht unbedingt so sein muss. Ich denke, sonst zwei Sachen, die für mich immer wichtig sind, wo ich sehr viel Wert darauf legt, ähm, deutliche und schnelle Kommunikation. Mhm. Ja. Ähm. Und dann ist es egal, wie genau die, die, die Rahmenbedingungen sind, sondern einfach, dass man deutlich, ehrlich und offen sagt, hey, das ist, so mache ich das, das brauche ich von euch, dann wird es fertig, äh, dann wird es nicht fertig, ähm, und das halt einfach. Und ich finde, ich finde generell immer, wenn, wenn ich mit Leuten das mache, schaue ich, dass ich innerhalb 24 Stunden eine deutliche, klare, eindeutige Antwort abgeschickt habe. Ähm. Ähm. Und, ja, Blödsinn, worauf man halt auch immer achtet bei Designer ist halt der Preis. Das Blöde ist halt, dass viele Leute nicht wissen, was ein fairer Preis für Artwork oder für jegliche Kunst, ähm, in der Hinsicht ist. Egal, ob es jetzt Musik ist oder ob es jetzt ein Foto ist, ähm. Der Endo. Also es hilft, es hilft natürlich, wenn man ein Designer ist und man den kompletten Markt unterbieten kann, aber inwiefern man dann seine Miete zahlen kann, ist was anderes. Was ist der, was ist der akzeptabel Preis für Designs? Kann ich dir nicht sagen. Ich bin, ich bin finanziell nicht abhängig davon. Also ich, ich sage da immer bei solchen Sachen, ähm, das sollen die Leute entscheiden, die tatsächlich eine Firma haben und ihr Geld damit verdienen. 350. 350. 350. You got damn long ass monster. Äh. 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 3,50. So, ja. I gave him a dollar. You got one woman. Ah. Äh. Viel, viel. Ja. Ähm. Also finde ich, kann ich, kann ich nur alles unterstützen, ist, ähm, wie gesagt, für mich zählen die großen Namen jetzt nicht. Preis ist natürlich ein, natürlich. Ja. Aber gutes Artwork hat seinen Preis und bin ich auch sehr bereit, so das zu zahlen, ja. Ja. Gut. Wir haben noch eine Frage von Pavel. Hallo Pavel. Der Pavel fragt uns, wie kann man Leute zum Bassspielen überzeugen, damit es mehr von uns gibt? Ja. Der Pavel ist auch Bassist. Der Pavel ist auch Bassist. Hat auch jetzt gerade eine Gruppe für österreichische Bassisten gegründet. Kommt dann alles. Warte. Darunter. So. Genau. Ähm. Ja, wie kann man Leute zum Bassspielen überzeugen? Ich habe ihn gefragt, willst du wirklich, dass es mehr von uns gibt? Und er hat gesagt, nein, nicht wir wollen das, aber Bands wollen das. Das ist sehr wichtig, ja. Es gibt, es gibt im Metal gerade, ja, ich meine, es werden mehr in der Wiener Szene. Leute, die Bass spielen, auch wirklich anfangen Bass zu spielen. Ähm. Aber natürlich könnte es mehr geben. Also man sieht trotzdem noch einige Bassisten in relativ vielen Bands. Ähm. Also. Die Bands, wo der Jörg nicht schon spielt. Ähm. Was 75 zu sein. An allen Sinne. Aber die bleiben entweder mir oder der Paula. Nein. Nein. Aber es stimmt schon. Es gibt jetzt nicht so viele, glaube ich. Das ist schon richtig. Ich denke, ähm, zumindest für mich war es so, dass ich plötzlich Instrumente daheim gehabt habe. Dann will man mal ein bisschen. Das haben wir auch schon mal besprochen mit dem Jörg. Ähm. Dann gab es auch was cooles wie Rocksmith und diese Musikspiele und so, dass man so irgendwie herbeibringt. Ähm. Aber das funktioniert vielleicht eher für die noch jüngeren. Ähm. I don't know. Make Bass cool again. Oder eigentlich war es immer schon cool. Ja. Ähm. Also meine Empfehlung wäre zuerst einmal, äh, DB504-Channel abonnieren und einfach und warten. Halbes Jahr lang warten, wenn du indoctrinated bist. Ähm. Ich finde Bass deswegen cool, weil es unglaublich viel Spielraum und Freiraum nach oben gibt noch. Weil da tut sich gerade erst unglaublich viel, was Technologie angeht. Aber ist das etwas, was jemand, der noch nicht ein Instrument spielt, ist das etwas, was jemand überzeugt? Ja. Da kann sie noch urviel tun. Okay. Ja. Irgendwie. Ich weiß nicht. Für mich, für mich schon, weil ich halt das Gefühl habe, es ist, da ist noch sehr viel Individualität. Es ist tatsächlich jeder Bassist anders von den großen Bassisten auch. Ich meine, ist auch jeder Gitarreist anders. Kann man? Aber ich habe halt das Gefühl, dass es da auch noch super viel, äh, Creativity, was das Spielen selber angeht. Also es gibt so viele unterschiedliche Techniken zu spielen. Ist es vielleicht, kann man es vielleicht auf diese Art und Weise machen? Ähm. Und, und, I don't know, vielleicht ist es das Offending gegenüber allen anderen Bassisten. Also ich weiß es nicht. Könnte man zum Bass im Vergleich zur Gitarre sagen, easy to learn, hard to master? Easy to learn, ja. Also, dass man einmal einen Song spielt. Egal wie simple. Du kommst relativ schnell relativ weit am Bass. Aber es ist hard to master. Es gibt extrem viel Luft nach oben. Es ist, es gibt dann einen, es gibt tatsächlich dann eine Wall, die du erreichst, wo es dann sehr, sehr schwer ist, rüber zu kommen. Ähm. Wenn du dich nicht wirklich mit dem Instrument beschäftigst. Ähm. Ja. Das ist durchaus so. Aber grundsätzlich ist es ein, mein Selling Point wäre, erstens einmal, sorry, Low Frequency Shit ist immer geiler. Das fahrt einfach wie Sau. Genau. Und, keine Ahnung, das ist, make people dance, funky shit, ja. Cool. Bass ist laden. Bass ist immer ein cooles Instrument gewesen. Hat mich immer fasziniert und ist relativ schnell zu lernen, bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Würde ich jetzt sagen. Genau. Ich denke, damit sind wir, sind wir fast fertig. Ah, warte, der Pavel hat noch eine Frage an die Zuschauer. Oh. Wie wichtig sind Community-treibende Sachen wie Podcasts, Facebook-Gruppen, Seiten etc.? Ja. Podcasts sind super wichtig, Pavel. Very importante. Na, ähm, schreibt es. Wie wichtig sind für euch Sachen wie Szenen, bezogene Podcasts oder Facebook-Gruppen, Foren, je nachdem wie man es genau bezeichnen möchte. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen zu all den genannten Dingen? Ich habe Hunger. Hungry. Okay. Dann würde ich sagen, schreibt uns Comments, Like and Share, Subscribe. Ähm, oder wie der wieder K-Mack sagt. Hit that mother effin like button. Das war keine Schottisch-Aktin, ich weiß es nicht. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Das war eine sehr hohrebe Schottisch-Aktin. Das war eine sehr schlechte Schottisch-Aktin. Das war eine sehr hohrebe Schottisch-Aktin. Mein Polyn. Ich bin sighs nicht. Das war eine sehr largkweise Schottisch-Aktin.